Bandai Namco Entertainment Tarsier Studios Powered by Unreal Engine Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Life Let's Play zu Little Nightmares Ja, ich hatte das Spiel schon seit längerem eigentlich vorgehabt, mal zu spielen hier in Little Nightmares und ich hatte das damals sogar schon auf der Xbox ein bisschen gespielt gehabt also ist es nicht blind aber ich habe das nie zu Ende gespielt aber ich wollte einfach mal das Spiel sparten einfach mal schauen wie das ist so und ich würde jetzt direkt mal ein neues Spiel beginnen das ist jetzt halt über Steam hier also alles komplett neu nicht auf Xbox aber ich spiele halt mit einem Xbox Controller jetzt hängt er hier fest sorry so mit dem Xbox Controller zocke ich und wir starten mal mit dem Xbox Okay, es geht schon direkt los. Und das sind wir. Klein, gelb, barfüßig. Okay, das ist schon mal Licht anmachen. Ich muss gucken, erst mal wie die Steuerung funktioniert. Wir bewegen uns schon mal in diese Richtung. Ein bisschen kenne ich das Game, sage ich jetzt mal so, aber so richtig weiß ich jetzt auch nicht. Okay, das haben wir schon mal angemacht. Ah, okay. Einen schönen kleinen, süßen Feuerzeug haben wir. Soweit ich weiß, will ich hier im Grunde alles uns töten oder fressen. Daher mal gucken, wie viele Tode wir haben werden heute hier. Ich habe jetzt aber keinen Deathcounter irgendwie drin. Äh, ist egal. Bestimmt finden sich ein paar Leute, die hier die Tode mal aufzählen. so, da vorne haben wir schon mal was. Ach so, ich muss, ich muss schon gedrückt halten. Ich habe keine Ahnung, wofür ich die Figur jetzt brauche. War da irgendwie was mal? Ich frage mir, warum eigentlich die Stühle da oben liegen. hier kommt Licht. Hier hat sich, hier hat sich jemand aufgehoben. Ähm, kann ich auch empfehlen. Wenn man so privat, äh, wenn man keine Ahnung hat, äh, so wie man seine Wohnung dekorieren soll, oder so, kann man sich einfach selber irgendwo aufheben. So, ich glaube, wir müssen einmal den Stuhl ausleihen. Obwohl es nichts dagegen. Ähm. Da ist irgend so ein schwarzer Schleim. Äh, ich glaube, ich weiß sogar, was da drin ist. Aber machen wir mal auf. Da war was. Ist das der richtige Weg? Na du? No. Ich hab hier jemand Kleines. Na komm, du bleibst, du bleibst hier am Feuer. War das hier eigentlich der richtige Weg? Aber warum haben wir dann den Kuhschrank hier, äh, aufgemacht? Ich glaube, es hat schon doch gerade mit dem Kuhschrank auf sich. Ja. Äh. Kapala. Man, man darf nicht etwa zu früh loslassen. Okay. Man muss schon gedrückt halten. Das ist ja auch hoch. Ähm. Okay, lieber nicht. Jetzt kommt's nicht mehr an uns ran. Da oben ist noch einer. Ein paar mehr. Okay, die da oben bleiben. Okay, hier ist jetzt zu. Was müssen wir hier machen? Lass ihn ausreißen. Da läuft wieder einer. Wo läuft der hin? Ähm. 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 Weg. Komm. Nein. Okay, jetzt schon. Keine 10 Minuten schon den ersten Tod. Ist schon mal super. Ähm. Abstand. Abstand. Nein. Hier gibt's auch nix. Okay, geht, geht super los. Geht gut los. So, okay, ähm. Nein. Ja, äh. Scheiße. Was machen wir? Wie, wie kommen wir hier raus aus der Situation? Ah. So kommen wir raus. Nicht ziehen, sondern drücken. So, ich mach hier mal Licht an. Ich lauf mal hinterher. Ich hoffe, ich falle hier jetzt nicht unter. Wo ist denn der Kleine hin? Um... ... ... ... Ok, wie rennt man? Irgendwie müssen wir doch hier das rennen können. Mit X gedrückt halten, Renner. Wie können wir das hier aufmachen? Da haben wir einen kleinen wieder befreit. Es ist wichtig, hier alle zu befüllen. Ok, da oben haben wir schon mal den ersten großen Gegner. Ja, sagen wir mal so. Ok, die ratten schon mal weg. Ich glaube, es ist hinter der Tür. Ja. Wir brauchen das Klopapier. So. Hier sind mehrere Schaukeln. Hier gibt's Kippen. Ok, ich glaube, die hätten da durchgemusst. Kommen wir wieder zurück. Hier. Ja, komm. Hoch. Ok, so kommen wir wieder zurück. Und Beeilung. Nicht die Blöcke umschmeißen. Ok, und jetzt ist wieder Strom drin. So, das Auge geht da. Wir brauchen aber hoffentlich nichts vom Auge, oder? Hier müssen wir nach oben. Ok, wir kommen hier hoch. Ok, wir kommen hier hoch. Irgendwas. Irgendwas brauchbares. Irgendwie irgendwas. Irgendwas. Oh. Hier drunter? Es gibt Schleim. Ok. Ah. Barfuß auf so einen Schleim rumlaufen. Ok. 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 Das zur drücken ist bitte. So drücken ist bitte. Wieder so eine Statuen. Müssen wir die kaputt machen? Tatsache. Ok, die müssen wir kaputt machen. Okay, jetzt geht's los mit dem. Aber der ist, glaube ich, blind, oder? Ich sehe nichts. Boah, die bewegen sich. Okay, ich muss da hoch. Aber wie sind wir denn gekommen? Fürs Erste. Das wird noch richtig schlimm mit dem. Dann wird einreißen. Na doch nicht. Ich dachte, das wird kaputt gehen. Oh, ich habe Hunger. Gut, dass wir in der Kantine sind. Ja, wir suchen uns etwas zu essen. Kein Stress. Hier, den können wir doch essen, oder? Oh, danke schön. Okay, der war lieb, oder? Oder die? Ich erkenne jetzt nicht das Geschlecht. Aber danke schön. Hier können wir uns schon mal erhängen. Die können wir verschieben? Können wir die auch unterschmeißen? Ich glaube nicht. Können wir das hier unterschmeißen? Doch, können wir. Okay, das ist sehr tief. Der hat richtig lange gebraucht, um zu knallen, sag ich jetzt mal. So, hier können wir Licht anmachen. Ja. Ja. Ähm. Und jetzt, acht nach oben. Ja. 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 Und wie weit nach oben? Ich glaube nicht so weit. Das ist doch ein bisschen zu hoch. Okay, hier wachen wir wieder auf Bei wie vielen Toten sind wir jetzt? So, ich würde den auch gerne runterschmeißen Warum? Komm, hier hin Ich werde das umschmeißen Geht wohl nix Aber Dave Ja Okay, nochmal den ganzen Weg von vorne nach oben Ah, und das Licht bleibt jetzt an Okay Wenigstens etwas So, hier hin Und dann hier hoch gehe ich mal von aus Weil wir haben ja vorhin gesehen Die Leiter geht ja nicht so weit hoch Beziehungsweise geht zwar schon Aber Zuerst das hier vielleicht Okay, zuerst wahrscheinlich in unsere Richtung Nein Ja Ist gut gelaufen Nein, den ganzen Weg wieder von vorne nach oben Okay, aber diesmal schweißen wir das eine Ding da nicht runter So 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 Und nochmal nach oben Aber wir müssen doch da drauf, oder? So Alter Kann doch nicht sein Wie doof Will ich mich noch anstellen? Da müssen wir doch irgendwie dran So Okay, noch einmal Alles nochmal von vorne nach oben Irgendwie müssen wir doch da dran kommen Ohne runter zu fallen So 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 Dann lassen wir mal von der Seite. Dann lassen wir mal von der Seite. Geht das doch langsamer? Alter! Nein! Okay, das geht mir jetzt gerade ein bisschen auf den Senkel. Das ist jetzt, glaube ich, das vierte Mal, oder? Wo wir das hier versuchen. Weil wir nicht da drauf landen. Aber warum fliegen wir immer dran vorbei? Ja, komm, ich kletter hoch. So, wir laufen jetzt. Ja, der bewegt sich ab diesmal sehr langsam. Diesmal sind wir hier drauf. Und da müssen wir lang, da müssen wir hin. Bewegt er sich noch? Noch bewegt er sich? Ich glaube, das war wirklich die schlauere Variante. Dass wir das wirklich so langsam machen. Ja. Okay, wir haben es geschafft. Bitte gibst hier jetzt einen Speicherpunkt. Okay. So. Also. Was ist das hier? Ah, ok. Hier können wir uns erhängen. Ja. Hier, ich lass hier raus. Worin der Kleine hin? Hey, komm mit. Achso, wir müssen die Kleinen immer alle umarmen. Ok. Will das Spiel mir gerade sagen, ich wiege mehr als diese Kiste? Oh nein. Weg! Ach, ich bin wieder hier. Jetzt kommen diese... Ich bin wieder unten. Ok. Ich hoffe, die kommen nun nicht hinterher. Ah, ok. Die komplette Welt hier ist am Wackeln. Das ist dein Wackeln. So. Oh. 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 Das hat gefunst. Ähm, Moment. Ja, super. Jetzt ist hier auch wieder zu. Kann ich alle eigentlich diese Dinger hier aufmachen? Aufschieben oder so? Nee. Und wir rennen wieder weg. Okay, das war wahrscheinlich das erste Kapitel. So, gehen wir mal die Treppe hier genau. Na, Kleiner? Hey! Gibt's hier irgendwie was? Gibt's was auf jeden Fall dahinter? Okay. Aber kann ich das noch weiter aufmachen? Ich kann hier nix machen, okay. Da oben vielleicht? Okay, komm, ich geh mal. Warte mal. Die können Stühle ja bewegen. Okay, das bringt hier nichts. So, komm. Kippt das Ding um. Bringt da wohl nix. Okay, ich glaub, hier... Ah! Ja, komm, spring auf. Ähm... Wieso beobachten wir da welche? Warte mal, sie sind... Ähm... Okay, das sind diese... dieser leuchtenden Augen. Hier sind aber irgendwo noch... Kann ich hier runterfallen? Ich hoffe nicht. Aber ich glaube, mehr passiert hier jetzt auch nicht, oder? Wir haben hier halt jetzt noch einen Stuhl, aber... Und ich glaube, wir müssen... die Treppe noch weiter nach oben. So, jetzt sind wir hier oben. Und... Was können wir hier? Ich glaube, nix. Ah, doch, hier war einer. Erstmal jemanden wieder umarmen. So, und hier durch. Und verstecken die sich immer vor mir. Ich will die nicht fressen. Ich glaube, wir müssen... an den Ebel. So. Komm, richtig an die Ecke. Ein Bett mit so Gürteln ist immer gut, aber man hat Schlüssel. Das Bild von dem Typen kann ich das kaputt machen. Jo, ich kann die Sachen alle hier kaputt machen. So, das hier brauche ich aber. Autsch! So, wofür brauche ich den Schlüssel? Ist hier irgendwo ein Schlüssel noch? Ah ok, den kann ich so verschwinden. Aber wofür war jetzt der Schlüssel? Okay, hier. Okay. Ah ok. Ähm. Kann ich den nicht da so... Ah, okay. Du musst länger beurteilen. Okay, hier wird erstmal so ein ganzes Zimmer transportiert, statt nur ein einfacher Fahrstuhl. Lass ich mir raten, ich brauch den Affen jetzt noch einmal. Ich verstecke mich mal hier, ich weiß nicht was da kommen wird. Okay, hier kommt jetzt nichts. Außer eine Ratte, die jetzt wieder weg ist. Ähm. Ist immer noch hungrig. Können wir einen der Ratten essen? Wir werden doch vorhin ein Stück Brot. Reicht das nicht? Ja. 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 Die Musik. Da ist ein Stück Fleisch. Aber die ist in einer Falle. Ja. Da war schon die Hand. Ja. M Shenll. Ja. 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 Wir wollen hier wieder ausbrechen. Sorry, ich muss dich mal kurz ausleihen. Ich muss da an was ran tun. Okay, ähm... Ah, okay, wir können auch probieren. So, das hat geklappt. Und jetzt? Da, wo wahrscheinlich... Solche Kerzen können wir auch einschalten. Ui, der schon hier? Sind das eigentlich kleine... Was ist das denn? Nein! Der hat uns gerochen. Was ist das denn? Okay, Rennen funktioniert auch nicht. Ich wollte da rein. Was macht er? Was hat er eigentlich vor mit uns? Was macht er da eigentlich? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ähm... Okay. Keine Ahnung, was ich machen muss, wo ich lang muss. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Okay. Wie komme ich an ihm vorbei? Bis zum nächsten Mal. 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 Ich bin nicht an dem vorbei. Doch, ok. Da, da hätten wir durchgemüßt. Hier ist aber schon verdammt gruselig. So kleine Beine, aber dafür so lange Arme. Wittert er mit uns noch? Oder geht er jetzt zurück an die Arbeit? Nein! Rein, rein, rein! Ja! Oh! Ich dachte schon, das ist vorbei. So. Wie viele Schuhe hier rumliegen? Ähm. Noch mehr Schuhe. Komme ich hier auch wieder hoch? Ja, ok. Ähm. Beheilung, spring hoch! Ok, wo ist der nächste? So weit hinten. Mord, Beheilung? Ok, die Tür ist zugegangen. Gefällt mir gar nicht. Schnell? Negativ machen die Tür. So weit hinten. Steig? Neid. Nein. Hey, das ist der Kursling. Okay, hier ist der Affe. Und jetzt? Muss ich die Kiste hier verschieben? Ich glaube schon. Oder doch nicht? Warte mal, das war ja vorhin mit der anderen Kiste genauso. Genau, jetzt kann man sich ein bisschen bewegen. Jetzt wieder nicht mehr. Nee. Ah, wahrscheinlich wegen dem Boden gerade. Oh, ich bin da nicht groß. Ähm. Okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet. So komme ich da... Ah, okay. Wollte schon sagen, komme ich da überhaupt hoch? Ist das der Puppenmacher oder so? Die machen wir die Dinger kaputt. So, okay. Indem wir die werfen. Hier geht es jetzt irgendwie nicht weiter, kann das sein? Musik Musik Musik